Gleich von einem Stalker verfolgt. Der muss mich beobachten, der weiß einfach immer, wo ich bin. Der ruft immer dann an, wenn ich gerade zur Tür rein bin. Philipp Hochmeier, Iris Berben. Hallo! Und Muratan Muslu. Sie sehen toll aus. Ein Bodyguard zum Verlieben. Es geht darum, zu bleiben. Und das können die wenigsten. Muss ich irgendwas wissen? Gleich nach der ZIP 2 Spezial in ORF 2. Untertitelung des ZDF für funk, 2017